Sebastian, wenn ich Neuling bin, bin ich bei Zigarren bei der Riesenauswahl aufgeschmissen. Da brauche ich jemanden, der mir irgendwie was dazu erklärt. Genau das passiert auch jeden Tag bei uns im Laden. Wir haben immer wieder Einsteiger hier, die einfach wissen wollen, wie kann es denn losgehen. Bei den vielen tausend Zigarren, die es mittlerweile zur Auswahl gibt, ist einfach die Frage, wo beginne ich denn. Wichtig ist für den Einsteiger, dass er ein paar Dinge beachtet. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Vielleicht mal grundsätzlich, es gibt maschinengefertigte Shortfiller, die ich jetzt dem Einsteiger nicht unbedingt empfehlen würde, weil das kann auch schnell sein, dass er dann überhaupt keine Lust mehr auf Zigarren hat. Die erkennt er zum Beispiel daran, dass die vorne und hinten angeschnitten ist, also das heißt rauchfertig angeschnitten ist. Sind meistens sehr günstig, aber eben nicht unbedingt zu empfehlen. So, was wir empfehlen sind Longfiller, handgefertigte Longfiller, weil die einfach schon schönere Aromen auch entfalten. Das Allerwichtigste bei der Sache beim Einsteiger ist einfach, dass er sich für milde Zigarren entscheidet. Also die nicht so viel Nikotin haben, die auch noch nicht so intensive Aromen entwickeln, weil ansonsten kann es sein, dass er nach einem Drittel schon vom Stuhl fällt und ins Bett kippt und im schlimmsten Fall sich sogar übergeben muss. Auf jeden Fall wird es ihm dann ziemlich schlecht gehen erst mal. Ja, also mild ist das Schlagwort. Jetzt ist die Frage, wie kommt man zu einer milden Zigarre? Es geht eigentlich nur über Beratung. Man kann nicht mehr sagen, dominikanische Zigarren beispielsweise sind mild. Das denken immer noch viele, viele Menschen, aber dem ist überhaupt nicht so. Es gibt milde Zigarren aus Kuba, es gibt milde Zigarren aus Nicaragua, sogar aus Honduras und daher ist das Land wirklich erstmal nicht zu beachten. Ja, worauf sollte man noch achten? Wir haben jetzt hier zum Beispiel eine relativ günstige milde Zigarre hier von Domenico mit hellem Deckblatt. Die liegt bei ungefähr fünf bis sechs Euro. Jeder kennt hingegen Kohiba, die auch ein bisschen kräftiger ist. Eine Kohiba kann aber schnell auch 30 Euro kosten. Das ist dann auch für den Beginner, für den Neuling auf jeden Fall zu viel des Guten, weil er kann diese Zigarre eigentlich noch gar nicht richtig schätzen. Dann gibt es verschiedene Formate, wie hier zum Beispiel diese Gordo von Alec Bradley, die Black Market Gordo, ist dann auch für den Einsteiger absolut ungeeignet natürlich. Auch kräftige Aromen und er raucht da von circa eineinhalb Stunden. Damit kann der Anfänger auch nichts anfangen. Zu guter Letzt Riesenformate, wie diese hier von Arturo-Freinte gehen natürlich auch nicht. Was abschließend vielleicht, was eine schöne Möglichkeit ist, sich dem Thema Zigarren zu nähern, sind sogenannte aromatisierte Zigarren, wie hier diese Vanille-Variante von Pro Domi, weil die sehr angenehm sind und dann eben so süße Aromen mit manchmal ein bisschen Holzaromen verbinden und dadurch auch natürlich für den Einsteiger wie gemacht sind.